Wollen Sie Ihren eigenen Roman schreiben? Sie wollen einen Roman schreiben? Ist es Ihr Lebenstraum? Dann tun Sie es. Für viele Menschen, vielleicht auch für Sie. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich, Wolfgang Rademacher, unterstütze Sie mit Federleicht-Lebendig-Schreiben dabei. Ob Krimi, Erzählung, Roman, Sachbuch, Biografie, Verkaufs-, Internet- und Werbetext. Lernen Sie Kunst und Technik des guten, lesenwerten Schreibens. Und das mit viel Spaß, aber ohne große Mühe. Mit meinem Ratgeber, Federleicht-Lebendig-Schreiben. Erfüllen Sie sich endlich Ihren Wunsch, Ihr eigenes Buch zu schreiben. Noch nie war für Sie die Chance so nah, diesen Lebenstraum wahrzumachen. Mit meinem Buch, Federleicht-Lebendig-Schreiben, können Sie sich Ihren Wunsch erfüllen. Von der ersten Idee zum vollendeten, verdammt guten Roman. Weitere kostenlose Informationen finden Sie wie immer auf der Erfolgs-Online.de. Herzlichst, Ihr Wolfgang Rademacher. Und denken Sie daran, niemals aufgeben. Egal wie haarig die Situation auch ist. Bleiben Sie stark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.